Die Metamorphose ist ein faszinierender Prozess der Natur. Sie beschreibt, wie ein Organismus eine dramatische Veränderung in Form und Funktion durchläuft. Zum Beispiel beim Schmetterling. Er durchläuft vier Stadien, beginnend mit dem vom Schmetterlingsweibchen gelegten Ei. Daraus schlüpft nach etwa 14 Tagen eine kleine Raupe. Die Raupe befestigt sich mit einem Seidenfaden an einem Grashalm, um zur Puppe zu werden. In dieser findet für uns nicht sichtbar, still und heimlich die Transformation zum Schmetterling statt. Als letztes schlüpft aus dieser Puppe der vollendete Schmetterling, bereit von Blume zu Blume zu tanzen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. In jedem dieser Stadien hat sich der Organismus seiner Umgebung bestmöglich angepasst, um seine Überlebenschancen zu erhöhen. Die bekanntesten Tiere, die eine Metamorphose durchlaufen, sind Schmetterlinge, Frösche, Libellen und Heuschrecken. Faszinierend.